Ganz herzlich willkommen zum ersten Plenum des Jahres 2015 hier bei RegioTV. Nach den Klausuren und nach, wie man hört, erfrischenden Diskussionen zeigen sich die Abgeordneten heute wieder sozusagen Mitschlips. Unser erstes Thema tangiert einen Grundsatz. Die Aufsichts- und Kontrollgremien des privaten und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also Radio und Fernsehen, müssen staatsfern besetzt werden. Ob das so ist, darüber gibt es Unstimmigkeiten. Also das Bundesverfassungsgericht hat ja in seiner Entscheidung einige Themen aufgegriffen, unter anderem die Frage der Besetzung der Gremien. Wir haben da in Bayern ja schon wichtige Voraussetzungen eingehalten und jetzt gilt es auszuwerten und abzuwarten. Deswegen ist der Antrag heute auch nicht zu behandeln, weil wir noch Zeit brauchen, um die Dinge auch vernünftig zu sichten und dann die dementsprechenden Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Vom Grundsatz her glaube ich, dass wir hier in Bayern gut aufgestellt sind, was die Aufsichtsgremien angeht. Ja, ich bin schon froh, dass Bewegung in die Sache kommt. Wir haben momentan das Problem, dass zu viele Politiker aus der Landes- und Kommunalpolitik in diesen Gremien sitzen und ich wünsche mir hier die ganze Breite unserer Gesellschaft und Gemeinschaft und insbesondere mehr Frauen, mehr Migranten und auch mehr Menschen mit Behinderungen. Bei unserem zweiten Thema geht's um Pflege. Neben einer besseren Finanzierung der Ausbildung soll auch die Qualität der häuslichen Pflege erhöht und kontrolliert werden, damit das Pflegegeld auch den Alten zugute kommt. Durch das Pflegereformgesetz, das der Bund beschlossen hat, ist ja jetzt schon einiges passiert, wo man den Familienangehörigen auch mehr Zeit gibt, wo bessere finanzielle Ausstattungen zur Verfügung gestellt werden. Die Familien sind tatsächlich die größte Pflegeorganisation und wir wissen, dass Pflege eine der größten Herausforderungen für uns ist. Es geht jetzt aber auch darum, die Pflegekräfte, die das beruflich machen, noch zu stärken. Es geht um Ausbildungsumlage, um viele Bereiche und wir nehmen diese Themen sehr ernst, weil es wirklich eine der größten Herausforderungen der Zukunft ist. Die Demenzerkrankungen steigen und wir wollen hier Zeichen setzen. Es wird auch Geld kosten, aber das muss es uns wert sein. Wir haben im Bund jetzt das Pflegestärkungsgesetz und das leckt nun tatsächlich hier wesentliche Verbesserungen fest. Die Aufstockung der Pflegekräfte in den stationären Einrichtungen ermöglichen es jetzt den Angehörigen, dass sie auch Plätze in der Tagespflege, in der Nachtpflege, aber auch in der Kurzzeitpflege buchen. Auch Dinge wie beispielsweise das Einkaufen oder Behördengänge werden hier wesentlich besser für die Angehörigen geregelt. Soweit die aktuellen Nachrichten und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag hier bei RegioTV. Liebe Zuschauer, wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder zu PlenumTV.